Hallo und herzlich willkommen zurück zur Approximation mit Fouillé-Reihen. Ja, wir sind heute in Kapitel 4 angekommen, nachdem wir letzte Folge mal so ein etwas größeres Beispiel durchgerechnet haben für so eine Funktion, die halt in so ein paar Stellen unschädig war, um halt die Wirkung dieses Satzes 3, 4 zu demonstrieren. Heute fangen wir so ein bisschen allgemeiner an und gucken mal, was so das übergeordnete Prinzip hinter so einigen Sachen war. Wir haben ja in dem Kapitel zu Dirac und Fouillé-Kern gesehen, dass es da so Integraldarstellungen gibt, der Bauart dn von t-s mal f von s. Oder fn von t-s mal f von s. Und das sieht ja so aus, als würde es etwas geben, was da halt vielleicht so ein unterliegendes Prinzip sein könnte. Und in der Tat ist das so, denn im Prinzip handelt es sich bei diesen ganzen, ja, ich sag mal, bei diesen ganzen Integraldarstellungen um Faltungen. Und das wollen wir in diesem Kapitel mal so ein bisschen auf mathematische Grundlage stellen. Und wenn wir das dann haben, dann können wir als nette Anwendung dieser ganzen Theorie den Weierstrasschen Produktsatz, nicht Produktsatz, Approximationssatz. Weierstrasschen Produktsatz wäre was für die Funktionentheorie. Den Weierstrasschen Approximationssatz zeigen, nämlich, dass wir stetige Funktionen beliebig genau durch Polynome annähern können. Was uns alleine noch nicht so wahnsinnig viel bringt. Aber wir werden dann auch konkrete Funktionen sehen. Das ist dann Kapitel 6, das sind die sogenannten Bernsteinpolynome, die genau das tun. Also das ist so der Fahrplan jetzt für die nächsten, ich sag mal, paar Folgen. Weil das wird ein bisschen dauern, bis wir das entwickelt haben. Aber da passieren spannende Dinge unterwegs. Zunächst mal, vielleicht was zur Notation. Wir haben ja ganz häufig dieses Phänomen, dass wir auf dem Intervall minus p, p unterwegs sind. Und dann haben wir immer so Integrale, wo so ein 1 durch 2 Pi Integral irgendwas ds kommt. Also meistens von minus p bis pi. Und wir wollen das ein bisschen verschlanken. Deswegen benutzen wir hier das sogenannte normalisierte Lebesgue-Maß. Das ist ein d quer t. Das ist einfach 1 durch 2 Pi mal dt. Das heißt, das hier wäre dann einfach Integral minus pi bis pi d quer s. Das erleichtert einfach nur an einigen Stellen mal so ein bisschen das Hinschreiben. Wenn man nicht den Bruch mitschleppen kann. Er muss und, falls einer von euch irgendwie Beweise tech, nicht jetzt unbedingt die speziell die, sondern auch so insgesamt, je mehr Brüche man sich sparen kann, desto besser ist es für ein Tech-Dokument. Weil dann hat man viel weniger Klammern, die kaputt gehen können. Gut. Jetzt wollen wir zunächst mal schauen. Wir haben das Kapitel, die Überschrift Dirackfolgen und Faltung. Das heißt, wir fangen irgendwie mit den Dirackfolgen an. Und deshalb wollen wir zunächst mal überhaupt klären, was ist eine Dirackfolge? Was tut das? Und das ist Definition 4.1. Und zwar ist eine Dirackfolge zunächst mal eine Folge stetiger Funktionen in C2pi. Und zwar so, dass drei Sachen gelten. Nämlich erstens, diese Delta n, die sollen alle nicht negativ sein. Dann sollen die bezüglich des normalisierten Lebesgue-Maßes immer 1 ergeben im Integral. Das heißt, hier muss eine 1 rauskommen. Und der Limes für n gegen unendlich über das an 0 abgeschnittene Integral Eta kleiner gleich Betrag u kleiner gleich Pi Delta n von u d quer u. Das soll 0 sein für alle Eta größer 0. Auch wieder hier für alle Eta aus 0 bis Pi, aber wir lassen es jetzt mal so stehen. Und das sollte uns bekannt vorkommen. Also die Dinger heißen dann Dirackfolgen. Das sollte uns sehr bekannt vorkommen, denn das ist 1 zu 1 der Inhalt aus unserem Satz 2.12. Nur, dass da dann hier fn stand und fn und fn. Das heißt, wir haben schon eine sehr prominente Dirackfolge kennengelernt. Nämlich die Fayette-Kernung. Das heißt, wir können hier sofort ein Beispiel hinschreiben. fn ist eine Dirackfolge. Die Dirick-Kerne nicht, die waren ja nicht negativ. Gut. Na, also das folgt sofort aus Satz 2.12. Weil in Satz 2.12 haben wir halt genau diese Eigenschaften der Fayette-Kerne nachgerechnet. Das heißt also, wir haben jetzt unsere Fayette-Kerne eingebettet in ein allgemeineres formales Konstrukt. Nämlich in diese Dirackfolgen. Und wenn wir uns jetzt mal erinnern, war es ja so, dass wir im Wesentlichen bei der... Ähm, wie sag ich das? Bei dem Beweis des Satzes von Fayette nur hingeguckt haben, dass wir auf die Fayette-Kerne gehen. Wir haben den Beweis spezifisch für die Fayette-Kerne geschrieben. Wenn man den jetzt allerdings mal Schritt für Schritt durchgeht, dann sieht man, dass es nicht darauf ankommt, dass da die Fayette-Kerne stehen, sondern man sieht, dass es darauf ankommt, dass wir eine Dirackfolge haben. Das heißt, die erste Bemerkung, die wir hier formulieren wollen, ist, der Satz von Fayette gilt auch für Dirackfolgen. So, da habe ich das jetzt hier vor... Ich habe letztes Mal ein bisschen vergessen, dass ich das Skript ja auch schon getecht habe. Deswegen muss ich immer so ein bisschen hin und her kommen. Also, ähm, ich habe das hier mal als Theorem zusammengefasst, aber im Prinzip ist das nur eine Folgerung, wenn man mal ganz ehrlich ist. Äh, und das ist Fayette... Äh, für Dirackfolgen. Und das sagt folgendes aus. Wenn wir einen T aus R haben, und wir haben eine Funktion F in C2P und eine Dirackfolge Delta N in C2P. Dann gelten zwei Dinge. Erstens, äh, die Summe der Partialsummen, also das Sigma N, das arithmetische Mittel der Partialsummen, Sigma N von F in der Stelle T, das kann ich schreiben als Integral minus Pi bis Pi Delta N von T minus S mal F von S D quer S für T aus R. Das heißt, wir erhalten auch hier so eine Darstellung, wie wir das aus Satz 2.11 kennen. Und zweitens, und das ist jetzt die Aussage von Pompuyere, zu Epsilon größer 0 gibt es eine Konstante C größer 0. Ich habe sie im Skript C Schlange genannt, ich weiß nicht mehr warum. und zwar der Bauart, dass der Betrag F von T minus Sigma N von F in T, dass der für N gegen unendlich äh, ja, gegen 0 geht, beziehungsweise kleiner gleich ist als diese Konstante C Schlange mal das Epsilon. So, und der Beweis ist halt wirklich so gelagert, dass man einfach den Beweis abschreibt und einfach F N durch Delta N ersetzt. Man muss nur an einigen Stellen aufpassen. Das heißt, der Beweis hier ist tatsächlich eine gut gemeinte Übung und also zum Zeitpunkt, wo dieses Video erscheint, sollte ich Lösungsskizzen auf der Webseite stehen haben zu diesem Kurs, zu den Übungsaufgaben. Deswegen werde ich auch einige Übungsaufgaben in Kapitel 1 und so weiter nochmal anfassen, aber das ist erstmal nicht so schlimm. Also Beweis ja, analog zu Theorem 3.1 Übung ist tatsächlich eine finde ich gute Übungsaufgabe, weil man sich so auch den Beweis von dem Foyer nochmal anguckt und vielleicht nochmal durchdenkt. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Genau. Gut, das heißt also im Wesentlichen Memo bis jetzt Dirac-Folgen sind sowas wie die Foyer-Kerne, nur allgemeiner und für den Satz von Foyer brauche ich nur eine Dirac-Folge und das ist unabhängig davon, ob ich speziell die Foyer-Kerne nehme. Das heißt letzten Endes sehen wir an der Stelle, das ist jetzt so ein bisschen schon Bemerkung 4.4 vorweggenommen, es kommt im Beweis von 3.1 nicht darauf an, dass da die Foyer-Kerne stehen. Sondern es kommt nur auf die Eigenschaften der genannten Folge an und die sind jetzt eben abstrahiert und zusammengefasst in diesem Container Dirac-Folge. Genau, ich hatte auch schon gesagt, dass die Dirichler-Kerne keine Dirac-Folge bilden, weil wir haben ja gesehen, dass die negative Werte annehmen. Und jetzt vielleicht noch eine Sache, die ein bisschen das Gefühl für Dirac-Folgen geben soll. Also ich mache mal hier 1 und 2, habe ich gerade mündlich gesagt. Also wichtig ist die Eigenschaft der Dirac-Folge und die Dirichler-Kerne sind keine. Es gilt aber tatsächlich noch ein bisschen mehr, aber da muss man ein bisschen für ausholen. Wenn wir eine Dirac-Folge haben, dann ist die für große N stark um den Nullpunkt konzentriert. Das entspricht ungefähr dem, was wir bei den Foyer-Kern schon erahnt haben, die wurden ja auch immer zur Null hin gestauchter. Die wurden da sehr hoch und gingen dann auch sehr schnell wieder runter. Wir haben nur die ersten vier gezeichnet, aber man könnte sich das jetzt natürlich im Allgemeinen vorstellen. Und je höher das N wird, desto stärker konzentriert sich die Masse dieses Integrals quasi auf den Nullpunkt. Das liegt daran, dass so eine Dirac-Folge das Dirac-Funktional approximiert. Also dann ist Delta N für große N stark um den Nullpunkt konzentriert. Also da liegt die Masse. Da eben Delta N distributionell müsste man jetzt hier hinschreiben gegen Delta N im Dualraum C2P' konvergiert. Das müsste man jetzt natürlich mit Theorie aufwiegen, aber da müssten wir jetzt in die Distributionstheorie abhauen. Das ist etwas, was ich mir für später aufgehoben habe. Wir lassen es an der Stelle einfach nur mal stehen. Also Stichwort ist hier distributionelle Konvergenz. Gut. Das wäre im Prinzip so erstmal alles zu die Rack-Folgen, was wir jetzt an der Stelle brauchen. Also wichtig ist mir, dass ihr irgendwie mitnimmt, dass es im Fayer nicht drauf ankommt, dass da Fayer-Kerne stehen, sondern dass da wirklich ganz simpel Diack-Folgen konzeptuell ausgenutzt werden. Das hier hat übrigens noch eine Nummer, bevor ich es vergesse. Gut. Dann kommen wir zum zweiten Teil dieses Kapitels. Das ist Faltung. Ja, Faltung ist einfach eine Funktion, wenn man mal ganz einfach da dran gehen will. Man muss halt nur aufpassen, dass diese Funktion, die da rauskommt, hinterher wieder wohl definiert ist. Da kann man sich ganz lustige Aufgaben zu überlegen, da werden auch ein paar von in dem Kapitel stehen. Und zwar passiert das folgendermaßen, wir nehmen ein G, das soll stetig sein in C2P und wir haben eine L1-Funktion F. Und dann ist die Faltung einfach erstmal eine Definition, nämlich G Stern F von T. Das definieren wir als das Integral von minus Pi bis Pi über G von T minus S F von S D quer S für T aus R. Das ist dann die Faltung von F und G oder von G und F. Und das kommt uns hoffentlich bekannt vor, denn wir haben schon verschiedene solche Faltungen gesehen, ohne dass wir sie so genannt haben. Denn wir haben gezeigt, dass Sigma N gleich F N gefaltet auf F ist. Denn wir haben ja diese Formel gehabt, dass Sigma N von F in T gleich 1 durch 2 Pi ist mal Integral minus Pi bis Pi F N von T minus S F von S DS Naja und das ist halt genau das hier mit G gleich F N und F N ist ja eine 2 Pi Funktion und F ist immer eine L1 Funktion wenn wir über Fouillet reinreden das heißt das ist nichts anderes als Sigma N gleich F N gefaltet auf F das ist sozusagen die erste Bemerkung die wir hier machen machen wir die eben noch also erstens Sigma N ist F N gefaltet auf F das heißt Fouillet rein und Faltung sind sowieso schon inhärent miteinander verbunden weil so haben wir die Konvergenz hingestellt wiederhergestellt ferner ist dieses G gefaltet F selber wieder in C 2 Pi ja weil wenn ich also erstens ist es natürlich stetig und es erhält natürlich dann die Periodizität weil G die Periodizität erhält und F ist ja nur in L1 definiert minus Pi definiert da muss man natürlich mit der Fortsetzung weiter arbeiten und dann kann man Faltung auch immer anders schreiben man kann nämlich substituieren man kann nämlich sagen G Stern F von T ist auch einfach das Integral von minus Pi bis Pi und jetzt ersetze ich hier U gleich T minus S dann habe ich G von U und dann schiebe ich diese Verschiebung hier hinten rein das muss ein Schlanger sein sonst ergibt das keinen Sinn dann habe ich diese Darstellung nicht U gleich T minus S setze S gleich T minus U dann kann ich hier diese Verschiebung in das F Schlanger delegieren und das ist manchmal auch ganz nützlich und zu guter Letzt es ist die Faltung ist assoziativ und die Faltung ist kommutativ aber das muss ich jetzt hier gar nicht also später genau also das heißt Begriff Faltung ist konzeptuell jetzt erstmal nicht großartig was Neues sondern ist einfach nur eine kürzere Schreibweise für diese Integrale die wir ja im Prinzip schon kennen und das ist dann an der Stelle vielleicht auch einfach nur nochmal da passiert nichts Neues das ist also alles relativ entspannt da kann ich die also hier kann ich die weglassen weil hier bin ich ja nur auf minus p bis p ich gucke gerade nur noch mal sicherheitshalber nach weil ich bin bei sowas immer unsicher hier muss ich so hinschreiben weil hier verlasse ich unter Umständen minus p bis p möchte aber die Fortsetzung benutzen das 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 einfach nur die Definition jetzt werden wir uns eine Abschätzung angucken für solche Faltungen denn man kann Faltungen auch für LP Funktionen im Allgemeinen sinnvoll definieren und dann ziehen wir eine strukturelle Folgerung zu unserem Raum L1 falls ihr den GFA Kurs gesehen habt wir haben mal so einen Ausflug gemacht in die Theorie von Banach Algebern und hier werden wir gleich dann wieder darauf zurück kommen indem wir sehen werden dass L1 zusammen mit der Faltung eine kommutative Banach Algebra ist aber kein 1 Element hat wir hatten da schon mal im Kurs drüber gesprochen aber nicht so wirklich mit Fleisch und das liefern wir jetzt hier sozusagen nach gut dann bedanke ich mich sehr für eure Aufmerksamkeit hoffe ihr hattet ein wenig Freude wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin habt eine schöne Zeit macht es gut bleibt gesund und tschüss